Das ist Hip-Hop. Das ist Hip-Hop. Hip-Hop ist die erfolgreichste Musikrichtung der letzten 10 Jahre. Diese Musik hat nicht nur unsere Kultur geprägt, sie hat unsere Mode geprägt, unser Kunstverständnis, alles mögliche. Es ist die lebendigste und bewegendste Jugendkultur, die es in den letzten 30, 40 Jahren gegeben hat. Und das sollte man anerkennen, Hip-Hop ist keine Mode. Hip-Hop ist nicht ein paar, die da so sitzen und so ein bisschen rumraten. Das ist eine Art zu leben und die wird bleiben, wie Rock'n'Roll. Die wird bleiben für immer.